Kinderautor, schön, dass ihr da seid. Wer mit Kindern draußen unterwegs ist und ich meine jetzt nicht nur mit Wohnmobil und mal kurz ein paar schöne Posefotos für Instagram am Parkplatz zu schießen, der kommt an einer Kindertrage nicht vorbei. Denn irgendwo ist immer ein Weg, wo man sagt, okay, hier ist Schluss mit dem Kinderwagen, selbst wenn er Dreiräder hat und geländegängig ist, irgendwo kommt der mit dem Kinderwagen nicht mehr weiter und dann braucht er so eine Kraxe wie die hier. Und da seht ihr selber schon, ich habe das jetzt absichtlich so gemacht, dieses Ding ist heillos überladen. Also zum einen dürft ihr nicht vergessen, ein Kind drin sitzen zu haben ist was anderes als einen vollen Rucksack. Das Kind bewegt sich, das ist nicht statisch wie die Sachen wie Schlafsack, was ich alles in meinem Rucksack drin habe. Und dann, wenn man das auch so derart überbeladet, überbeleid, dann hat man irgendwann ein Problem, man muss das Ganze nämlich schleppen. Und jetzt stellt sich die Frage, was sollen wir als Eltern wirklich mitnehmen zum Wandern mit der Kinderkraxe? Da gibt es ein paar wichtige Dinge. Also fangen wir mal an. Was gern vergessen wird, ist dieser Sonnenschutz. Man sagt, ja, Moment, ich setze den Kindern so einen Sonnenhügel auf, dann ist schon geschützt. Falsch. Zum einen haben die Kinder eine dünnere Haut als wir als Erwachsene. Deswegen, während die haben die bekommen, die schneller einen Sonnenbrand als wir und sind da viel empfindlicher. Also, eincremen. Mütze auf. Und was wirklich wichtig ist, bei Sonnenstrahlung setzt auf die Kraxe dann dieses Sonnen- bzw. Regendach auf. Das ist wirklich in kurzer Zeit montiert. Deuter war so schlau und hat jetzt gerade aktiv das Ganze extra herangemacht, aber was soll es. So, dann für euch, damit der Kuh vorwärts kommt, ist sinnvoll, wenn ihr Trekkingstöcke mitnehmt. Wenn ihr sagt, ja, ihr habt einen Teil vom Zustieg, wo ihr sowas gar nicht braucht, dann nehmt solche her wie jetzt die Folieke zum Beispiel, so Falschstöcke. Die könnt ihr schön unterbringen. Und wenn ihr dann die Stöcke braucht, dann einfach zusammenstecken. Der Vorteil ist, ihr kommt bergauf leichter voran und ihr seid sicherer, wenn es bergab geht. Also, das ist schon einmal das, was ihr unbedingt braucht. Dann, wo es auch unbedingt dazugehört, ist das erste Höfeset. Also, mit dem ersten Höfeset ist mit der Regenjacke. Wenn ihr eine dabei habt, regnet es garantiert nicht. Wenn ihr es daheim liegen habt, die Regenjacke, dann könnt ihr sicher sein, dass der blaue Himmel sich schlagartig verfinstert und es regnet wie aus Eimern. Wichtig ist eine Sonnencreme für die Kinder mit einpacken. Dann, trinken für die Kinder. Je nach Alter vom Kind natürlich, wenn es nicht trocken ist, Feuchttücher, Windel, Wickelunterlage. Da könnt ihr selber drauf sitzen. Es gibt Hersteller wie VAUDE, von denen habe ich das jetzt. Da kann man dann, diese Wickelunterlage ist schon standardmäßig in der Kraxe dabei. Deuter ist noch nicht so weit. Und was dann auch noch ist, hier einen Regelüberzug passend für die Kraxe, damit das Kind nicht im Regen sitzt. Wichtig ist wirklich, wenn ihr die Kinderkraxe beladet, beschränkt euch aufs Nötigste. Also nicht zu viel reinpacken. Ihr müsst das alles tragen. Plus das Kind. Und das kann wirklich lang und heftig werden. Deswegen beschränkt euch aufs Nötigste, was ihr einpackt. Für euch selber und auch fürs Kind. Ihr müsst ja nicht den ganzen Hausstab mittragen. Ich sehe das immer wieder, dass da vor allem Väter, die diese Teile schleppen, völlig überfordert sind und am Ende ihrer Kräfte, weil einfach die Kinderkraxe völlig überbeladen ist. Und hier gilt auch noch, schaut nach, je nach Hersteller, was für Kinder Vortrag ihr nehmt. Die haben auch alle eine maximale Zuladung. Bei Deuter sollt ihr Kind bis 18 Kilogramm, bei VT bis 22 Kilogramm. Passt das rein. Und auf jeden Fall nicht darüber sein, das Ganze. Das ist wirklich wichtig. Schaut drauf, dass das Ding nicht überladen ist. Ihr müsst es schleppen. In dem Sinn wünsche ich euch eine tolle Wanderung mit der Kinderkraxe. Schaut rein auf kinderoutdoor.de. Wir haben tolle Wandervorschläge für euch, Ausrüstungsvorschläge, wo ihr mit den Kindern auf der Berghütte übernachten könnt, Outdoor-Rezepte und vieles mehr. Ihr dürft uns gerne liken und ihr dürft gerne unseren YouTube-Kanal warnieren. So, und ich wandere jetzt los. In dem Sinn, macht es das gut. Pfiat denk. Servus, euer Uli. Heute will ich mich mal mit einem etwas schmutzigen Thema mit euch beschäftigen, nämlich das Reinigen von Kinderkraxen. Ich habe es stellvertretend kauft, weil sie mir ein sehr gut verkauftes Modell ist, von Deuter, die Kid Comfort Pro genommen, als Flaggschrift der Firma Deuter. Und passiert sicher mal, wenn ihr das halbwegs hernehmt, dass die Kinderkraxe schmutzig ist. Und wie man die reinigt, das zeige ich euch jetzt. Aber am besten, ich sage es euch auch mal, was ihr bitte nicht zum Reinigen hernehmen sollt. Was nicht gut kommt, das sind so grobe Wurzelbürsten. Die könnt ihr vielleicht hernehmen hier für die Footloops, wo die Füße drin sind. Da macht es noch ein bisschen Sinn, dass ihr die da mit reinigt. Aber bitte nicht den weichen Stoff im Innenteil. Warum? Ihr kratzt damit das Ganze kaputt. Es wird einfach keinem Gut. Ihr macht damit mehr kaputt mit so einer groben Wurzelbürste, als ihr nutzt. Was ihr bitte auch nicht hernehmen sollt. Das werden nicht so Waschmittel für unterwegs sein. Ich nenne es einmal so. Da ist ordentlich Chemie mit drinnen. Wenn ihr euch vorstellt, ihr macht sich dieses Gin-Pant, dieses Skin-Polster für die Kinder. Ihr macht es damit sauber. Ihr kriegt sehr schön die Flecken raus. Keine Diskussion. Das hört, was es verspricht. Aber das Kind schmuggelt da immer hin. Das schmult da immer ran. Das schreckt vielleicht daran, weil es schon kleiner ist und nimmt dann diese Chemikalien in sich auf. Also bitte keine chemischen Reinigungsmittel her. Und nur zum Reinigen von Gestänge oder von den Footloops eine grobe Bürste. Ansonsten bitte diese Sachen keinesfalls hernehmen. Ihr errichtet damit mehr Schaden an, als das Ganze gut ist. Jetzt wollt ihr wissen, was soll ich dann hernehmen? Ganz einfach. Klares, lauwarmes Wasser und einen sanften Bladen. So. Wichtig ist schon einmal, beginnen wir entweder von unten nach oben oder von oben nach unten. Fangen wir mal an. Ich fange von oben her an mit dem Sonnendach Sunroof genannt. Da kann es einmal sein, dass ein Vogel sich da drauf verhebigt. Wir schauen es an. Okay, das ist sauber. Können wir es wieder reintun. Aber jetzt hier haben wir zum Beispiel so eine Stelle, da ist eindeutig Schmutz drauf. Kein Problem. Ich wischte jetzt ein bisschen drüber mit dem Lava Masse. Ich habe keine Seife, nichts drin. Und ihr seht selber, der Lappen, der nimmt halt sehr viel Schmutz in sich auf. Ich lasse das Ganze trocknen. Was nicht so schlau ist, bitte nicht zum Trocknen, weil es vielleicht passiert, das Ganze an den Heizkörperrand stellen oder mit Föhn anföhnen. Das habe ich auch schon erlebt. Das tut alles kein Gut. Und dann schreie ich einfach die ganze Kraxe systematisch durch, wo sie sehr schmutz und reibe das im Endeffekt mit dem Lappen raus. Die mit der trockenen Stelle wieder drüber. So. Und jetzt nähern wir uns mal den Innenraum. Und da ist es so im Gegensatz zur Thule Sapling, bei der kann man das Innenraum rausnehmen. Bei der Deuter leider nicht. Deswegen, was wir da mal raus, was wir rausbauen können, dieses Kinnpolster, Chain Pad genannt. Das kannst du abmontieren, ohne große Probleme. Und ihr könnt es auch rausnehmen und dann auseinanderbauen. Und hier dieses Teil ganz einfach. 30 Grad Wäsche und es ist sauber. Und wie schon einmal erwähnt, bitte nicht mit solchen Chemiepumpen. Das kommt nicht gut, wenn die Kinder das später vielleicht mal in den Mund nehmen und da dran nuckeln. Das ist alles andere als in Ordnung. Also ganz normal in die Waschmaschine und fertig. Immer wieder schauen, wo gibt es hier Stellen, die gerade nicht so sauber sein. Und einfach drüber wischen mit dem Wasser und anschließend genügend Zeit gehen, um das Ganze zu, dass das Ganze trocken kann. Muss zum Beispiel sicher schmutzig sein wird. Das sind diese Footloops, wo die Füße, die Fußhalterung von den Kindern sind. Da könnt ihr immer was wischen. Ist ja klar, weil die Kinder schau mal nicht drauf, die Steine einfach rein. Dann hier oben da der Deckengurt. Und so geht ihr einfach systematisch vor. Und reinigt so die Kraxe. Sollte es irgendwo Beschädigung geben an der Kraxe, sagt Mensch, da habe ich es auch von Spitzenstein abgestellt und jetzt ist da ein Loch drin. Kein Problem. Bitte nicht anfangen hier selbst zu nähen. Lasst sowas Profis machen. Die Firma Deuter in Gersthofen bei Augsburg in Bayern, die hat einen sehr guten Reparaturservice. Der dauert zwar momentan ein bisserl, aber da sind Profis, die machen das. Die haben die entsprechenden Stoffe auch. Die haben die entsprechende Industrienähmaschinen. Die hat keiner von uns. Und die tun für euch das Ganze dann wieder her, dass es passt. Was ich auch dringend abrate, wenn hier vor dem Stammfuß etwas verbogen ist, bitte, bitte fangt nicht an, das Ganze selbst zurecht zu biegen. Da geht es um Sicherheit. Wenn sowas verbogen ist, einfach durch Unachtsamkeit, das kann schon passieren, schickt es auch bitte am Deuter ein. Beziehungsweise wendet es euch an einen Sporthändler, dass der das Ganze einschicken soll. Nicht hier selber irgendwie rumdenken gehen mit dem Hammer und versuchen das Ganze zurecht zu biegen. Das kommt auf jeden Fall nicht gut. Und wenn wir schon dabei sind, was ihr auch nicht machen solltet, wenn, das kann ja auch nicht durch Unachtsamkeit oder durch Verkettung unglücklicher Zustände passieren, dass eben die Tragegurte, jetzt hier zum Beispiel der Schultertragegurt, dass der einfach beschädigt ist, dass der reißt. Wenn ihr seht, dieser Gurt ist hier irgendwo eingerissen, nehmt die Traxe nicht mehr her. Es geht hier um die Sicherheit von den Kindern, natürlich auch um euch. Es hat furchtbare Folgen, wenn ihr irgendwo mit den Kindern aufsteigt, da ist das Ganze eingerissen und plötzlich reißt der Gurt durch. Das muss nicht sein. Wenn ihr so etwas seht, bitte auch nicht selbst versuchen zu geheben. Schickt es bitte am Deuter ein, beziehungsweise den Sporthändler am Deuter einschicken lassen. Das sind Profis, die kümmern sich darum, dasselbe ist, wenn ihr mal so eine Schnalle hier zum Beispiel abbrich. Bitte auch nicht ignorieren und sagen, ah, da mache ich einfach einen Knoten rein und dann halt das Ganze schon. Ja, es rät, aber es ist lebensgefährlich fürs Kind. Bitte auch hier den Sporthändler, den Fachhändler, den stationären, der schickt es ein für euch oder eben direkt an Deuter Wänden. Da kriegt ihr originale Ersatzteile und es wird von Profis ausgeführt, das Ganze. Ja, hier im Rückensystem ist relativ wenig zu machen. Ihr könnt da auch mit rüber gehen, klar, dass die Schleißreste wegkommen, hier den Beckengurt. Aber ansonsten ist das Ganze jetzt dann wieder eine saubere Sache und ihr könnt mal ein Deuter Kinderkraxel wieder hängen. Weitere tolle Tipps für drinnen und draußen findet ihr auf kinderauto.de. Ihr dürft uns gerne liken und ihr dürft gerne so einen YouTube-Kanal abonnieren. Und ich freue mich sehr, euch wieder zu sehen. Macht's gut, bis dahin. Für den Servus, euer Uli.